Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Konik eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede und du siehst das schon an der Überschrift, sie ist positiv. Ich gehe heute auf zwei Beispiele ein. Einmal, ein Kunde meldet sich nach deinem Angebot nicht mehr zurück und einmal auf das Beispiel, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt und warum du das positiv sehen solltest beziehungsweise in allem so ein gewisses Quäntchen Positivität zumindest rausfiltern solltest. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich denke mal, es ist eine kurze, knackige Podcast-Folge und deswegen lass uns da auch mal gleich starten. Abgesehen davon gehe ich gleich arbeiten, deswegen lass uns da mal ein bisschen hin machen. So, erstes Beispiel, warum du es positiv sehen solltest oder beziehungsweise was du darin positiv sehen solltest, wenn Kunden sich nach deinem Angebot nicht mehr zurückmelden. Übrigens fünf Gründe, warum Kunden sich auf dein Angebot nicht mehr zurückmelden könnten. Ja, das habe ich dir in einem YouTube-Video schon erklärt. Da klick gerne in der Infobox hier unter der Podcast-Folge gerne auf den Link. Da kommst du zum YouTube-Video und da kannst du dich mit diesem Thema noch ein bisschen näher auseinandersetzen. So, dein Kunde meldet sich nach dem Angebot nicht mehr zurück. Das bedeutet, nach deinem Angebot, das heißt ja, du hast schon telefoniert mit dem, hast schon Termine ausgemacht, du bist schon hingegangen, hast dein Kundengespräch geführt, du hast Aufmaß gemacht, diese ganzen Steps hast du gemacht. So, Kundenberatung und so. Und jetzt gehst du sozusagen dann in die Firma, kann auch am nächsten Tag sein, kann auch in den nächsten Tagen sein und schreibst dieses Angebot. Du schickst dieses Angebot weg und vielleicht bekommst du auch schon eine Lesebestätigung. Also wir haben zum Beispiel einen Button drin, wo drauf steht gelesen und da kann der Kunde selber draufklicken und dann wissen wir, okay, er hat die E-Mail auf jeden Fall geöffnet bekommen und ja, sind da auf der sicheren Seite im Sinne von, ja, das Angebot wurde auf jeden Fall gelesen. Wenn sich daraufhin der Kunde denn nicht mehr zurückmeldet, ja, das sind halt die fünf Gründe denn, die du in den YouTube-Video nochmal nachsehen kannst, was denn Gründe dafür sein könnten, ja, und warum du das auch positiv sehen kannst, dass der Kunde sich nach deinem Angebot nicht mehr zurückmeldet, ja, es entsteht zwar keine Arbeit dadurch, beziehungsweise die Arbeit ist schon vorgetan sozusagen mit dem Angebot, aber es kommt nicht zum Auftrag. So, es kommt leider nicht zum Auftrag, weil es wird sich einfach nicht zurückgemeldet. Vielleicht warst du teuer, vielleicht, ja, egal. Auf jeden Fall, sieh es doch positiv im Sinne von, du hast aufmessen gelernt, ja, du hast also Aufmaß machen, hast du jetzt geübt, du hast die Kundenberatung geübt, du hast das Kundengespräch geübt, übrigens guckt er dir auch gerne das YouTube-Video an, da gibt es noch einen Link unter diesem Podcast, zu meiner 2-6-2-Formel, wie ein Kundengespräch bei mir abläuft, in diesen 2-6-2-Steps, ja, guckt dir das gerne an, ist bisher ganz gut angekommen, also es scheint kein so übeles System zu sein, was ich da aufgestellt habe. Und du hast das Angebot erstellen erübt, also geübt. Und Übung macht den Meister und deswegen sage ich dir, ich war schon mal auf einem 3-Stunden-Kundengespräch beziehungsweise Aufmaß machen, ja, also in der Besichtigung und habe da eine echt große Villa vermessen, also wirklich jeden Raum und alles, was zu machen ist, da waren mehrere große Flächen zu armieren zum Beispiel vorher und habe dann die Kunden diesbezüglich dann auch beraten und letzten Endes, also klar, ich habe auch einen Tee bekommen und so, aber ich war letzten Endes drei Stunden da, das war wirklich meine längste Angebotserstellung im Prinzip, die ich, ja, bisher da war, Kundenbesichtigung halt. Und ja, dazu muss ich sagen, am Ende, weil sich keiner mehr zurückgemeldet hat, wirklich kein Sterbenswörtchen, die E-Mail wurde geöffnet, es wurde sich nur gar nicht mehr zurückgemeldet und es sollte doch alles so dringend sein und schnell, schnell und so, war ich ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen wegen dem mangelnden Respekt, der mir dann sozusagen am Ende jetzt so mit dem Nichtmelden entgegengebracht wurde. Am Anfang war alles super, wir haben uns super verstanden und ich habe gedacht, daraus könnte echt was werden, aber vielleicht, ja, manche Menschen sind einfach so, die fordern was ein und geben es dann aber nicht mehr zurück, nicht mal im Sinne von gebürtigen Respekt, danke für deine Zeit, ist uns aber zum Beispiel, dann den Grund benennen, ist uns zum Beispiel, weiß ich nicht, zu teuer oder, ja, passt uns jetzt denn doch nicht, die Prioritäten haben sich geändert oder wir haben jetzt einen anderen von einem Bekannten oder was auch immer. Ja, aber wenigstens mal einen Grund nennen, damit man vielleicht auch selber daran arbeiten kann oder selber noch mal ein bisschen was ändern kann. So. Und diesbezüglich sagt ihr doch einfach, ey, ich habe in diesen drei Stunden Aufmessen und Kundenberatung und so, habe ich so viel dazugelernt. Ich habe das jetzt geübt. Ich habe das geübt, geübt, geübt und das ist doch, das ist doch super. Und daran habe ich zum Beispiel auch die 262-Formel festgelegt. Heißt nicht, dass es bei dir dann auch drei Stunden dauert. Vielleicht auch vier. Nein, Spaß. Und dazu will ich dir auch noch ein Sprichwort sagen, das fand ich echt gut und echt passend zum Thema Erfahrung sammeln. Erfahrung ist ein Anzug, der mit den Jahren immer besser passt. Und das kann ich dir folgen. Kannst unterschreiben, sonst würde ich es nicht sagen. Ja. Also arbeite daran. Punkt Nummer zwei und beziehungsweise Beispiel Nummer zwei. Etwas klappt nicht direkt auf Anhieb. Vielleicht machst du gerade etwas Neues. Probiert gerade eine neue Spritzmaschine aus oder eine neue Art zu spachteln. Ihr streicht vielleicht mal eine andere Farbe oder was auch immer. Keine Ahnung. Also anderes Material. Ja. Dann kannst du dir immer noch sagen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Ey, du weißt jetzt, wie es nicht geht. Ja, also es ist ja auch immer noch eine coole Sache, wenn man schon mal weiß, wie es nicht funktioniert und das dann vielleicht auch an seine Azubis und so, an seine Next Generation weiterzugeben. Ja. Und halt zu erklären, wie es nicht funktioniert und dann zu zeigen, guck mal, durchprobieren oder durch den Rat von jemand anderem, der es schon bereits geschafft hat, wie der vorige Meister oder was auch immer, bin ich zu einer Lösung gekommen. Vielleicht auch durch Selbstprobieren halt. Genau. Und das Selberprobieren natürlich dadurch lernt man mit am meisten. Wenn man den Rat, also wenn man um Rat fragt bei jemand anderem, wo man weiß, okay, der kann es zum Beispiel, da lernst du eventuell nicht so viel, wie als wenn du es selber ausprobiert hast. Weil dieses Selber ausprobiert, dieses Selbermachen, ja, dadurch lernst du viel mehr, als wenn du jemand anderem nur zuguckst, zum Beispiel. Wenn derjenige es gut anstellt, dann lässt er dich am Anfang zugucken, aber bezieht dich dann auch gleich mit ein und du sollst es selber machen. Das ist natürlich auch ein sehr guter Weg. Dazu ein letztes Zitat von Albert Einstein. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat noch nie etwas Neues ausprobiert. Dementsprechend und mit diesen Worten möchte ich aus dieser Podcast-Folge raustreten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Arbeitstag bzw. einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Dein Malermeister Max Hiede. Ciao.